Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Morbius. In Morbius geht es um den Wissenschaftler Michael Morbius, wie der Name schon sagt, der an einer sehr schweren Krankheit leidet und seit Jahr und Tag versucht, diese Krankheit zu bekämpfen. Dieses gelingt ihnen mehr oder weniger durch das Herumexperimentieren von Fledermaus-DNA. Aber diese Fledermaus-DNA heilt nicht nur seine Krankheit, zumindest vorübergehend, sondern verwandelt ihn in eine Art Vampir. So weit, so gut. Positiv ist auf jeden Fall anzumerken bei diesem Film, dass Jared Leto wirklich sehr gut in diesen Film reinpasst. Und auch der Film hat eine relativ gute CGI, muss man ganz klar dazu sagen. Aber das war leider, leider muss ich sagen, auch schon so die einzigen positiven Sachen, die ich zu diesem Film zu sagen habe. Denn die Story hatte so viel Potenzial, aber man muss sagen, Sony hat es verkackt. Sony hat diesen Film tatsächlich verkackt. Und diese Story hat so viel geboten, aber sie haben es nicht auf die Kette gekriegt. Ich weiß nicht, wieso. Ich kannte ja diesen Michael Morbius, aka Morbius, als Charakter aus der Spider-Man-Serie von 1994, aus der Comic-Serie. Und da war so viel mehr drin gewesen, auch dieser ganze Konflikt mit sich selber, dass er keine Menschen eigentlich töten möchte, um seinen Blutdurst zu stillen. Und so dieser Konflikt hätte da bei dem Film viel mehr herausgearbeitet werden können. Also das war nichts. Gut, bei der Comic-Serie hat er keine Menschen gebissen, sondern über seine Hand das Blut abgesaugt. Aber gut, das war halt, um damals das ein bisschen kinderfreundlicher zu machen. Aber auch so die ganze Story hat wenige Überraschungen parat und alles. Und ja. Und hinterher, so relativ zum letzten Drittel des Films, hatte man so das Gefühl, als wenn da zwei Leute im Raum gestanden hätten und gefragt haben, hast du noch eine Idee, was wir noch in dem Film machen können? Nee. Hast du noch eine Idee, was wir in dem Film machen können? Nee. Ja, also lass uns mal zum Ende kommen. Das letzte Drittel fand ich sowas von gerusht einfach. Ey, das ging mal gar nicht. Auf einmal war der Film mehr oder weniger, ja, ein bisschen, ein bisschen, ja, Endfight, bla bla bla. Zu Ende. Er war einfach zu Ende. Ich hab mir gedacht, so, jetzt geht der Film nur erstmal richtig los. Vielleicht kriegen sie auch storytechnisch noch ein bisschen was hin. Aber nee. Sony hat's tatsächlich verkackt. Ich dachte nach Spider-Man No Way Home, weil Sony endlich immer gute Marvel-Filme macht. Nee. Anscheinend wissen sie es nicht, da Jared Leto wirklich einen guten Job gemacht hat und auch die anderen Schauspieler einen recht soliden Job gemacht haben, was den Film, was den Film noch ein bisschen, was den Film noch ein bisschen rettet, betonlich auf ein bisschen, gebe ich den Film zwei, ja, irgendwas zwischen zwei und drei Totenköpfen, aber ich würde eher zu zweit tendieren, weil der Film echt so viel Potenzial liegen gelassen hat. Und es, es war einfach nicht das, was der Film sein sollte und es war auch einfach nicht das, was der Film sein musste. Also Sony, macht euch nochmal Gedanken, falls es nochmal zum zweiten Morbius-Film kommt, zum zweiten Solo-Film von Morbius oder wie auch immer, ihr den da irgendwo einbauen wollt, macht euch ein bisschen mehr Gedanken. Die Charakterentwicklung war ziemlich schwach in diesem Film. Man hätte viel mehr rausholen können, wie ich schon so oft gesagt habe. Nee, Sony. Also da muss ich euch sagen, das habt ihr nicht gut hingekriegt. Nächste Woche gehe ich für euch in den Films Sonic 2 rein. Ich weiß, der Film lief schon oder läuft schon, aber ich konnte letzte Woche keine zwei Filme besuchen. Und da es in nächster Zeit auch ziemlich eng aussieht mit Kino-Neu-Vorstellungen, werde ich dann diesen Film für euch dann diese Woche besuchen. Ich habe auch heute erst den ersten Teil sehen können, weil der kam gerade da, wo dieses mit dieser Pandemie da losging. Somit hatte ich noch keine Chance gehabt, diesen Film zu sehen. Habe ich jetzt heute nachgeholt und freue mich echt auf den zweiten Teil. Somit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann.